Oh hier auch drinnen! Hab ich, hab ich! Sehr schön. Ist down. Das war ein Money, Bitch! Langweilig! Das war's! Imo, wir sind nach oben! Ah, fack! Ja, für mich direkt! Einen hab ich! Der eine will, weg 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 weg! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! So gefällt mir das! Ist nicht schlecht! Warte mal, wir können ja hier... Ich mach hier ne Zip-Line hoch! Ah, die sind selber da oben, fack! Ah, scheiße! Ich bin down! Der Oben mit der Caustic, der ist auch fast down! Hm, fack, ey! Ah, jetzt haben wir gesandwiched! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Hinter dir, hinter... Ja, nee! Das ist echt mehr Shit! Die waren echt ein bisschen belastend! Machen wir da gleich noch ne zweite Runde! Oh ja! Oh, der hat voll in die Fresse gekriegt! Schön 110 halt! Der ist los! Der ist los! Der ist los! Ich hab mal einen gedownt! Oh, ich werd gesniped von hinten! Ich... Ja und? Wo sind noch welche? Ah ja, die sind fast down! Einer ist fast down! Oh, hier! Auf dem Dach! Auf dem Dach! Da ist nicht noch tot! Einer hab ich! Die Lifeline hat noch mehr... Die sind nicht wirklich gut! Alter, einer hab ich! Wann nach oben? Oh, fuck! Was ist down? Danke für die Hilfe! Da kommt noch jemand! Ja! Alles klar, haben wir alle! Oh, Lifeline-Drohne! Unbedingt! Ach! Ach! Äh! Da hab ich mal keine in die Seilrutsche! Die finden die raus! Schlatter! Ah! Ich werd nur rein dabei! Danke! Den hol ich! Oh! Der hat kassiert! Aber richtig! Alles klar ist tot! Oh! Ich werd... Warte! Warte! Was ist das Dach aus? Äh... Ich war... Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Hier, der Octane ist mega low! Fuck, ey! Fuck, ey! Oh, das sah so gut aus! Komm her! Das sah so gut aus! Komm her! Heißt, dass ich hier nicht auf! Scheiße! Oh! Abteilfeinder! Sehr schön! Oh, shit! Komm den hast du! Oh, der war ja richtig belastet! Unter uns! Unter uns! Was? Drei Leute! Oh! Ja! Ich bin dauer! Oh, da hat einer... Da hat einer... Ah, fuck! Ja! Nee, scheiße! Das ist ne bisschen behinderte Position jetzt! Zu spät gemerkt! Oh, ich bin ja auch da! Mhm! Die kommen hoch! Okay! Vorbei! Fuck! Das war doof! Nolly shit! 3645 Kills! Wat? Oh, das glaubst du doch nicht im Ernst! Jetzt kommt auch noch die Zone! Jetzt kommt auch noch die Zone! Ah, fuck! Ich hab zu spät gecrabbelt! Oh, der hat ein goldenes Knockdown-Schild! Mach! Sau stark! Sau stark! Hier! Goldenes Knockdown-Schild! Goldenes Knockdown-Schild! Finishe die! Finishe die! Finishe die! Finishe die! Super! Daumen hoch! Ich bin noch nicht so lang! Ich bin gefangen! Ich bin gefangen! Du Ratte, Alter! Du bist doch völlig behindert! Oh, der hat mich jetzt genervt, ey! Wie gesagt, jetzt seid aber zu blöd zum Snipen, kann das sein! Komm! Er rafft's nicht, Alter! Was war denn das Geiles? Aber die sollten Duo und Solo endlich einführen! Ja! Das stimmt! Zwei sind Knocked von denen? Ich glaub, wir können da rein! Ja, ich hab die! Okay! Einer oben drauf! Ja! Vorne kommt noch einer! Hey! Und da oben! Und da oben! Gebsratzen hier! 29 Sekunden, ne? Ja! Hab da! Ich krieg's da nix! Ich brauche nicht meine Augen zu verschwenden, ne? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Wir wissen nur! Komm mal zurück! Komm mal zurück! Dass ich hier mal Lifeline rausknallen kann! Ja! Und danach können wir ja... Dass wir sich... Ich weiß nicht, ob wir die pushen können! Ja, das für ihn über! Ich hab nur einen gefüllt weiter wie! Ja, das für ihn über! Okay, das kommt! Ich mach mich ein! Ich mach mich ein! Einmal so ein! Ja! Okay! Appen! Sehr schön! Mirage ist fast down, Schild ist knocked Der Farbein, der ist nach oben Oh scheiße Wachit hab ich gar nicht mehr gesehen, Alter Oh, da bist du Oh, das ist die Sonne Einer ist auch von oben runter, ich werde bestellen Ist auch down Einer sollte nach oben sein Das war's Das Goldene Body ist aber nicht mehr ganz voll Springt runter Oh, danke Ja Gott, das war jetzt soweit Schlitte? Schlitte? Ich seh nix Hier Jawohl, sehr geiler Sieg Spitz runter So gefällt mir das Das ist doch so, kann das doch sein Oh, da kommen welche Oben Da ist er Ich bin ein Trottel, Alter Ohne Scheiß Ah, das hab ich mir fast gedacht Ja, ja Wie soll er sich auch noch wehren Übrigens, lasst den Stream gerne bitte einen Daumen Da würde ich mich sehr drüber freuen Und ich versuche vielleicht sogar mein Kumpel Chris Der seinen YouTube-Namen wie seine Unterwäsche wechselt Deswegen sage ich jetzt nur noch Chris Vielleicht macht der oder ich mal ein Abo-Zocken-Best-Off Wir hatten ja jetzt schon eins Und wenn wir da ein bisschen was zusammen haben Vielleicht erst nach einem dritten Abo-Zocken Machen wir da vielleicht mal ein Best-Off als Video draus Was ich sehr, sehr geil finden würde Nur mal so nebenbei noch erzählt Sehr geil Sauber Boah, ich hab die Hitbox des Pathfinders langsam echt satt, ey Das kotzt mich an, ey Hi, mach's gut, bis zum nächsten Mal Uh Fuck, ich bin schon wieder down Ich blockiere Ah, Bengalo tritt die Tür ein Ist bei mir Was geht da? Geh mal ans Telefon Ja? Was geht da? Na ja, so ein Great Game war das jetzt ehrlich gesagt nicht Warte, wie hieß du Ich sehe dich leider Achso, lol, lol, lol Ich hab die angenommen alle, die offen waren. Aber You Wash My Balls habe ich weder hier und Ach Miau habe ich. Da ist er. Aber You Wash My Balls. Ist das vielleicht von mir falsch? Drin. Marcel, du musst mir mal auf die Sprünge helfen, bitte. Ach, da ist ein O dazwischen. Na, meine Fresse. Kein Wunder. Oh, jetzt kommen wir das auch schon näher. Haben wir Gegner? Kaustik habe ich. Kaustik habe ich, das Sound. Perfeiner der Säte. Gut, alles klar. Läuft. Sehr schön. Einen habe ich. Dieser, der hinter mir, der Petfiner. Dieser fucking Petfiner. Ich falle schon mal. Woher rum? Er ist rein. Unten. Keine Ahnung, wo er ist. Er ist hier links drin vor, auf jeden Fall. Hinter mir, hinter mir. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sehr schöner Sieg. Schön. Schauber. Freilock. Und noch eine neue Struppe, scheiße. Ich helfe nicht. Hinter uns. Oh, hinter uns. Er hat kein Chit mehr. Nein, er hat noch. Hab ich, hab ich, hab ich Sound. Okay, ist Down, das war's, das war's. Von den Abo-Zocken, das ist ja jetzt das dritte Abo-Zocken, wird es dann eventuell ein Best-of geben. Also von allen drei Abo-Zocken, wird Chris eventuell dann ein Best-of zusammenbasteln. Das wird aber noch eine Weile dauern. Ja, dann wollen wir rüberpushen, versuchen den zu kriegen, der ist alleine. Ja, komm los. Komm los, Feuer frei. Warum falle ich denn von der Zip-Line? Also wenn ich an der Zip-Line hänge und schieße, falle ich eigentlich nicht runter. Hat eine Gas-Falle ausgelöst. Hier. Hier drinnen. Ray. Die ist Down. Oh, ich muss mich kurz heilen. Oh, hier auch drinnen. Hab ich, hab ich. Die ist Down. Die sind hinter mir. Kommt mal her. Oh, die fighten schon. Äh, Schild Down. Hier ist ein Mirage, das ist fast Down. Jawoll, alter, eine Ast rein, Runde. Was ist denn hier kaputt? Ast rein, Runde. Richtig schöne Runde. So gefällt mir das. Sehr schön. Ich hab mein Down. Mirage ist noch da. Die sind zu zweit. Die sind aber nicht sonderlich präzise. Eine Bangalore. Oh, ich auch nicht. Ich hab' noch. Ja, ist gut. Oh. Einen hab' ich. Der kommt von hier. Wartet mal kurz. Ich könnte noch mein Care-Packet schufen. Nein, da unten. Lassung, da unten. Okay. Oh, Alter. Wiederhol. Dankeschön. Hier unten. Schild gebrochen. Das ist fast down. Fuck, ich bin down. Oh, ich bin auch da. Einer schlug. Du könntest mich auch holen, obwohl die Zone kommt. Mach dein Ding, mach dein Ding. Das wird nichts mehr. Danke, super. Super geile Runde. Richtig edel. Der ist los. Okay, ist down fast. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice, Alter. Wir rasieren hier gerade Ultra. Was geht denn ab? Oh, noch mehr Schüsse. Einer von denen hat sein Buddy. Oh, ich versuche, dass ich hier ziehe. Nein, ach fuck. Ich hätte mich heilen sollen. Ich bin down. Hier von links kommt noch einer hinter euch. Hinter euch. Komm, die hat er. Ah, ich muss nicht. Pathfinder. Chill. Heil dich erst mal, wenn du kannst. What the fuck, die Schüle sind da? Alter, die Schüle waren das. Okay. Gut. Gleich demotivieren, jawohl. Einen hab ich. Der ist low. Der ist low. Den kriegt er. Das ist eine Wraith. Die hat es unsichtbar gemacht. Okay, dann. Scheißtoff. Könnt ihr mich holen? Sehr schön. Danke. Ja, Mann. Raven. Moin. Moin. Ich glaub, den sein, äh, Schild ist gebrochen. Der ist hinterm Baum. Der hat immer noch einen lila Buddy. Das ist ein, äh, Schild gebrochen. Ich muss weg. Oh, fuck, fuck, fuck. Der pusht, der pusht. Der pusht. Oh, das ist nice. Warte, ich muss mich erst mal heilen, sorry. Nee, dann. Da hat einer gescannt. Ah, fuck. Das ist noch zu zweit. Hinter dem. Die Zone kommt, fuck. Schade. Top. Top gekämpft. Okay, war top 5. Ähm. Noch einer. Einer noch. Ach, die, denn du Ratte. Alter, lass doch mal was übrig. Glaub, den hab ich drüber geholt. Ja, den hab ich drüber geholt. Ich kam einfach nicht hinterher. Ich muss ja... Oh. Hier oben sind sie. Ich push, ja. Lass da Richtung, wo Floppy ist. Das ist sinnvoll, was wir machen können. Guck mal da hoch. Irgendjemand. Das ist der Letzter. Ich hab'n. Geil Runder. Sehr edle Runder. Die war sehr stark. Runde Abschluss. Jo, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ihr seid die Apex Champions. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.